hallo meine freunde hallo und herzlich willkommen zurück bei taget ja ich mache gerade mal eine kleine zwischenaufnahme also nur eine folge weil ich in der nächsten folge dann mal wieder ein gast dabei haben will und wie es der zufall so gerade will wollte ich gerade vorher noch hangar games aufnehmen ich erkläre euch das nur so damit ihr wisst euch auch mal was an informationen bekommt ja und meine externe festplatte die hier will nicht mehr ja das schlimme ist da ist auch was anderes aufgenommen ich habe am freitag dreieinhalb stunden was drauf aufgenommen und das ist jetzt ich weiß nicht ob ich noch dran komme das wäre sehr blöd würde ich mal sagen betrifft allerdings nicht die laufenden projekte also gott sei dank habe ich alles andere schon fertig gehabt nur die dreieinhalb stunden die ich am freitag aufgenommen habe für was anderes weg vielleicht ich weiß nicht ich hoffe ich kann sie irgendwie intern einbauen oder was muss ich mal gucken aber es klang nicht gerade gut weil sie nicht irgendwie nicht mehr an gut das soll euch aber nicht stören wir machen hier mal ein bisschen tag it weiter ich befürchte dass der server noch ein bisschen gelaufen das letzte mal ich habe nicht direkt ausgemacht heißt ich könnte wieder ein paar diamanten zu viel haben aber das stört uns ja nicht weil ich sowieso ewig viele diamanten brauche quarry läuft auf jeden fall noch das ist schon mal ganz gut aber das sehe ich jetzt auch schon hier drauf hier viel entstanden ist neun stück das ist schon beachtlich ich glaube da ist das ding der man zu weit gelaufen das gibt es hier auf 34 stück ok da haben wir bestimmt noch ein paar diamanten auch bestimmt so zehn elf zwölf keine ahnung ja das wollte ich eigentlich nicht aber gut dann können wir hier direkt mal weiter bauen entschuldigung ja ich habe ihn wieder vergessen auszuschalten lief irgendwie nur ich glaube eine stunde oder so kann sein oder anderthalb na gut haben wir halt ein paar diamanten die können wir sowieso immer gebrauchen so wir haben hier was mit dagmeter gebaut dann wollten wir das mobius voll brauchen wir dafür 1 2 3 1 2 3 1 2 3 und dann haben wir hier noch einen übrig den machen wir mal gerade können wir da hinten in der maschine umwandeln ne könnten wir auch hier umwandeln das muss den kollektor sein aber ich kann natürlich nicht nur den ich kann auch natürlich diesen dinge nehmen dafür das ist ja klar ich brauche ein bisschen was 3 fehlen da unten noch da fehlt noch ein paar mehr ich brauche so naja ich brauche glaube ich nur acht jetzt habe ich zehn insgesamt soll aber nicht weiter tragisch ein da kommen raus da haben wir jetzt mobius voll da noch ein paar hin und dann bekommen wir daraus red metal weil ich weiß nicht mehr was wir mit den red metal jetzt machen müssen genau das ist die frage ist klar wir haben relay mk2 drei stück wir wollten wahrscheinlich relay mk3 daraus machen relay mk3 so da brauchen wir mk2 für red metal und obsidian alles klar haben wir das alles hier drin zu wenig obsidian okay aber da tun wir uns dann eben schnell das ist ja kein problem obsidian wo war das denn nochmal ich weiß wir hatten davon noch einiges da nehmen wir mal so ein stack hier raus und dann machen wir mal weiter drei stück drei stück 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 so da haben wir hier die relay mk3 drei stück von dem moment da hinten hin das ist ja schon mal ganz gut die haben wir schon mal hey das ging ja relativ flott jetzt so die können wir hinsetzen setzen wir genauso wie die dahin ein dahin ein dahin und ein dahin haben wir die eigentlich auch schon strom ich weiß es gar nicht so hier würde ich dann auch wieder diamanten herstellen wollen später ne okay so jetzt brauchen wir natürlich die kollektoren noch die haben wir auch noch nicht angefangen zu bauen das machen wir jetzt mal schnell ich weiß nicht ob wir diese vorgestern mit fertig werden das wäre immer mal ganz cool so collector wir brauchen wahrscheinlich erstmal die normalen um dann daraus die anderen zu machen da brauchen wir nur noch mal so viel red mehr dafür ist es ätzend machen wir erstmal die hier diamanten blöcke brauchen wir auf jeden fall habe ich davon nicht noch welche gemacht gehabt nein lasst mich nicht lügen machen wir es bestimmt erst mal eins von den dingern her machen wir erstmal einen diamanten block wo zwei können wir auf jeden fall machen 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 mal nur ein pass auf wir machen mal nur eine idee kommen raus da so und so und so sagen wir einen diamanten block einer reicht danke lassen sich den dinger wieder weglegen diesen diamanten block muss in die mitte da oben muss glas drauf so viel schon mal klar ne und rundherum unten ein ofen und da dann glowstone okay glowstone und ein ofen ich nehme jedes mal die falsche kiste ich weiß genau das ist in der obersten aber 1 2 3 4 5 6 7 8 hätte mir noch genug gehabt ist egal so ein ofen kraften ist kein geheimnis bei das kennt ihr alles so jetzt packen wir den ofen drunter dann haben wir ein ding so jetzt machen wir daraus müssen wir den dark matter machen okay da müssen wir erstmal dark matter herstellen damit da ist ein diamanten block und mobius voll alles klar okay ein diamanten block für dark matter und darum mobius voll das stellen wir wieder her indem wir in die apparatur reingehen so dann nehmen wir hier den die diamanten die wird schon wieder gekraftet haben raus jetzt habe ich kein mobius voll dabei das ist natürlich sehr gut ich bin so schlau manchmal macht die tür auf herrlich wir brauchen ein brauchen wir brauchen wir danke wir sollten vielleicht noch ein paar diamanten mitnehmen paar mehr danke so wir machen einfach mal so jetzt hier aus für blöd sind hier haben wir schon mal jemand näher wir können das genau so gut an dieser kiste machen das ist das relay ich brauche die kiste danke mobius voll zack hier dann habe ich gleich auch immer genug danke ja schild mobius voll der ist völlig wurscht ist genauso gut jetzt darüber rennen tun tun so mobius voll brauchen wir wurscht ist der jetzt hingepackt das ist aber auch natürlich so jetzt noch alles drumherum zack kam wo dark matter aber ich befürchte das war es erstmal für den kollektor war es das erstmal gut das ist ja schon mal nicht schlecht wie war es jetzt mit dem red mit der ding da brauchen wir natürlich welt mit dafür und jetzt wird mir das stellen wir her aus drei dark matter drei dark matter okay drei dark matter brauchen wir drei diamanten block 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 so achso noch eine mitte 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ich kann nicht so viel reinpacken müssen so war das noch mal dann waren das drumherum von diesen zeug hier drei ja mach doch hier einfach so so drei stück haben wir und jetzt machen wir wie war das mit dem red mit da noch mehr mobius voll das ist ja echt so teuer das zeug mobius voll so dann aber red mit da jetzt nehmen wir das doch da oben den dark matter da drunter und drumherum los doch und ist das richtig jetzt da haben wir einen red mit der kollektor so was wir jetzt im zaubertisch mal beibringen ist dieser red mit der kollektor der dann eben zielwert von 710.000 also 710.000 ist ja nix davon noch ein herstellen komm her wenn wir zum beispiel alle diamanten verbrennen dann kommen wir auf 27.000 da können wir einen rausnehmen haha da haben wir schon zwei 710.000 btf ja rest lassen wir drin ist ja völlig wurscht glowstone haben wir noch zufällig welchen glowstone 1 2 da bitteschön 2 reicht erstmal ja 710.000 emc wert da passt keine kuhhaut mehr jetzt haben wir natürlich kaum was jetzt bringt ja kaum strom in die beiden wo setzen wir hier hin hinten da hinten in die ecke da und da ist ja völlig wurscht da jetzt zwei glowstone oben drauf ich weiß das muss man nicht unbedingt aber ich mache es trotzdem so dann wollen wir mal gucken das arbeitet schon mal relativ schnell mit nur zwei dingern jetzt und zwar schnell ich glaube schneller als das hier oder wenn ich mich nicht täusche ja so für das nächste brauchen wir natürlich wieder 710 und die haben jetzt glaube ich nicht rumliegen egal wie viel ich verbrenne wir haben keine 710.000 emc haben wir einfach nicht können wir vergessen aber ihr seht das wird die anlage hier die bauen wir natürlich noch weiter ja jetzt habt ihr mir gesagt ich könnte hier drauf auch noch solche kollektoren bauen brauche ich jetzt aber nicht weil ich habe ja hier meinen zweiten tisch quasi ne ich glaube bei denen werde ich das machen aber na gut so jetzt ist die folge schon fast vorbei ne noch nicht wir haben jetzt zehn minuten rum da ist ja noch zeit ich muss noch mal planen was ich mit meinem gast danach machen werde erstmal werden wir uns ein bisschen schlafen legen gute nacht gute nacht komm nicht schnell schlafen ok da sind wir wieder es hat übrigens auch noch einen anderen Sinn warum ich jetzt gerade eine Folge einzeln aufnehme das liegt einfach daran dass ich keine Folge mehr habe ich nehme das jetzt hier um 23.23 Uhr auf am Montagabend und das ist die Folge die ihr Dienstag seht also ist quasi noch nicht so alt die Folge wie ich es aufgenommen habe die muss ich heute nacht noch ändern und meine Festplatte geht nicht so wir brauchen Graviel genau dann nehmen wir ein bisschen mit haben wir noch ein bisschen in der Tasche gehabt ist egal kann man immer mehr von gebrauchen so was brauchen wir denn nicht mehr das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht Treppen können wir erstmal noch gebrauchen ok das muss erstmal reichen denn wir müssen ja noch einen Weg bauen wissen wir ja und zwar irgendwo hier rüber da habe ich zwar gesagt ich warte noch bis ich das hier zugemacht habe aber es hat ja auch gar keinen Sinn ich kann das auch gleich den Weg bauen denn ich stoße hier sowieso direkt auf meine Grenzen oh man jetzt hätte ich ihnen diese Treppe ausgedacht die hätte irgendwie ein bisschen weiter verschieben müssen eventuell muss ich hier das letzte Ding da anders legen aber ich wüsste nicht wie gut das soll erstmal nicht mein Problem werden ich werde hier trotzdem den Weg erstmal lang bauen vielleicht erstmal so ein bisschen so ich muss mal gucken wie ich dann wirklich die Wand dahin lege ich muss mal gucken wie ich dann wirklich die Wand dahin lege so der Bude wäre erstmal hier weg hoffen wir dürfen es nur nicht kaputt gehen lassen das Ding das wäre eher konterproduktiv sondern lassen uns das hier einfach als haus anschließen lalalala jawoll der Weg muss hier hin so kommt er jetzt hier an das ist schon mal ganz gut ich würde sagen da kommt wieder ein Erdplatz hin oder das wird auch genial haben wir noch ein Erdplatz wieder danke so und dann machen wir weiter schließt das auch noch an diesem Weg an Tief so perfekt lalalala dann ich glaube ich werde jetzt einfach weiter laufen lassen und wieder Diamanten zu kriegen denn ich muss ja sowieso nachher spielen das ist also nur in der Stunde ungefähr muss ich wieder aufnehmen durch was anderes wie viel diamanten in der stunde entsteht dann könnt ihr eigentlich mal die maschine fertig bauen das wäre doch was oder das wollt ihr doch auch gibt es doch zu nachher mit dem gast werde ich allerdings das völlig anders machen das müssen wir noch mal muss ja noch mal genau überlegen aber wird dann schon so was machen wir hier dann hier um hier kommen wir auch natürlich hier an den weg bis hierhin und so bevor das wasser jetzt ohnehin läuft noch mal direkt zu so das ist mein weg der geht hier oben natürlich weiter schön ist jeder weg der geht da unten rum um dieses haus herum was eigentlich die fabrikhalle ist wurde darauf riesen bäume wachsen völlig unnatürlich sieht das aus ich glaube ich musste auch mal problemen pflanzen und hier oben vielleicht auch noch irgendwo dahinten aber das fehlt darf ich natürlich nicht zu machen was ist das für ein schwarzes loch das schwarze loch was ist das? ist das Öl? wieso ist hier Öl? ein strand ist verpestet es werden so viele tiere sterben so warte mir hier könnte ich den weg eigentlich auch noch weiter bauen darüber könnte ich mache ich aber nicht oder mache ich das doch ich habe nur noch vier dabei wir haben auch nicht mehr so viel zeit ich bin der einfach jetzt die aufnahme gleich wir haben sowieso nur noch eine minute dann ist die wäre die folge regulär lang so kann sie ein bisschen kürzer sein macht euch glaube ich auch nicht viel aus ich stoff mal hier noch wieder den gravel rein und wir haben auch genug gravel dabei gehabt ok den dreck da rein pfeil da rein was auch immer ja und meine arme festplatte jetzt muss ich mir echt eine neue festplatte kaufen weil ich brauche unbedingt eine externe festplatte das ist schon die zweite externe festplatte die innerhalb der küstezeit kaputt geht und ich brauche externen festplatte weil ich immer dieses zeug mitschleppe und auf den laptop ränder und wenn ich das auf dem internet aufnehme so wie jetzt dann wird das schwierig ich muss mir echt was einfallen lassen ich kann mich schon wieder neue festplatte kaufen die kosten ja immer geld ne naja gut ich sag mal danke fürs zuschauen wenn ihr dieses video mögt dann verbreitet es doch einfach gibt einen daumen hoch und lasst auf jeden fall kommentare da ich lese gerne kommentare und ich beantworte kommentare das weiß jeder in meiner community schreibt einfach mal damit ich auch mit euch ein bisschen in kontakt bleiben kann so wir sehen uns in der nächsten aufnahme bis dahin tschüss